Krenetischer Jubel bei all den Kindern in der Tausendhalle der Silvester Grundschule in Erle. Mehr als 30 Mädchen und Jungen der dritten und vierten Klassen bekamen eine Urkunde und ein Abzeichen überreicht. Die alle haben das Sportabzeichen in Bronze abgeliehen. In den Disziplinen 50 Meter Schwimmen, Leitsprung 50 Meter Lauf, Schlagball und 800 Meter Lauf zeigten die Jungen und Mädchen ihr sportliches Können. Sportlehrerin Dagmar Kofferkorn und Günther Denning von der Erle Sparkasse überreichten mit als Sponsor des Wettbewerbs die Urkunden.